Geil, ich kann richtig Mist machen jetzt. Pass mal auf, wie ich dir jetzt gleich alle trollen mit meinen Swaps. Ich werde einfach rein trollen jetzt, ne? Ich werde nicht nochmal... Hallo Toto, moin. Hier war die Gamescom. Sehr, sehr cool. Gamescom hat mir richtig Spaß gemacht. Du warst nicht da, oder? Aber Gamescom war sehr, sehr nice. Ich fand es mega cool, die ganzen Leute wieder zu gehen. Sie gucken uns auch gleich noch hier im Anschluss den Vlog von Tim Horos an. Da habe ich einen Special-Auftritt, der ist wild. Ähm, ja. Da freue ich mich schon drauf. Oh. Ich habe eine Leiche gefunden. Und sie trägt einen Namen. Ne, Julis Namen. Achso. Lumenti ist so small. Ich bin so klein, ich kann mich hinter dem Wasser wieder verstecken. Ja. Lumi, Lumi, Lumi. Das ist so sweet. Ja, Franzi hat mich ignoriert, leider. Was? Sweet. Ja, das macht's noch... Franzi, welche Rolle bist du jetzt? Hallo. Wo ist hier die Grenze? Ja, wo ist hier die Grenze? Kurz, kurz überlegt, ob ich's sag. Aber ich sag's jetzt einfach mal nicht. Du sagst es nicht. Ne, aber ich kann euch sagen, die Leiche liegt draußen an der Pylone unter Electrical. Das finde ich gut, Frau Chakal. Ja. Wann ist der erste Safe? Ja, ich kann Dalukat auch rausnehmen. Obwohl der eine Sense in der Hand hat. Und warum bist du umgedreht? Oder hattest du nur Wires? Ich, äh, genau. Ja, ich bin umgedreht. Genau. Ich, ja, genau. Okay. Ich bin nämlich... Ich wollte gucken, ob du da noch bist. Als ob? Warum? Jetzt frag nicht so viel. Ich glaub, du weißt warum, oder? Nee. Er wollte gucken, ob du guckst. Lumini. Ja. Ich wollte gucken, ob du noch da bist. Au. Ja, ja. Und deshalb kann ich dich auch rausnehmen. Das ist cool, das ist cool, das ist cool. Habe ich schon zu viel gesagt. Für mich ist es mal lustig. Ihr dürft aus dem Runden, Kabi. Macht Vorschläge. Für mich ist es Franzi. In den nächsten 45 Sekunden... Nee, hier habe ich einen Urwurm schon den ganzen Tag. Ich bin Leiter die Runde. Von welchem Lieb? Äh, Lieb? Korn. Ich bin ein Flieger. Dö, dö, dö. Damit habe ich angefangen heute. Ja, das stimmt. Nee, ich habe es bei Gus Gus Dachs gehört, bei dir. Ach so. Habe ich es da auch schon, habe ich es da auch schon, äh, gesehen? Ja, mit der Babystimme nach. Ach ja, stimmt. Stimmt, ja. Ich bin eben, ja, das ist mein absolutes Lieblingslied. Das Witzige ist, Tim Horus und mein WhatsApp-Chat besteht auch zu 90% aus Sprachnachrichten. Immer wenn wir das Lied hören, schicken wir uns direkt eine Sprachnachricht. Ich bin ein Gummibär. Ja, ist immer schön. Ciao, Franzi. Tschüss. Was ist denn jetzt los? Der Swapper. Chris, überleg mal. Irgendwie trocken. Der Swapper. Schön. Der hat noch nicht viel gebracht, ne? Gesprächsleiter. Nee, ich muss da hochgehen. Das die Tappen wir ja gerade schon. Bam, badadam, bam, badadam. Was blinkt denn hier alles? Badadam, bam, bam, badam. Badadam, bam, badadam. Badadam, bam, badadam. Badadam, badadam, badadam. Badadam, badadam. Voll die Party da unten. Hilfe. Da lohnt Herste, damit gar keiner mehr weiß, warum geswappt wird. Ja. Es sei denn, es wird gleich jemand irgendwie gesasst oder so. Dann will ich immer irgendwie den Bösen, also den, der gesasst wird, auch swappen. Aber Darlow und Terste als Kombi können wir schon mal merken. Dadadam, bam, badadam, bam. Oh, ich glaube Terste ist tot. Das wird nicht mehr. Schon wieder Terste? Oh, der ist gerade gestorben. Also, ja. Ja, da. Bade, 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 bade. Nein, der wurde geninjert. Da liegen nur die ganzen Blätter neben. Da bin ich safe. Im, im, im Office, right? Ja, im Lifeline. Ja, der ist mir nämlich unten in der Tür noch entgegengekommen. Ich bin aber jetzt gerade bei Sakuri, die ist gerade in den Office rein. Ich kann nicht Voldemort rausnehmen, weil Voldemort und ich da zusammen hingelaufen. Ja, genau. Hallo, Bergi, wie geht's dir? Schönen Sie da, ist alles gut? Tim Horus, Lomenti, Oberbayern und ich glaube, Jeff war noch bei uns. Ich kann Sakuri rausnehmen. Nachdem ich ungefähr fünfmal Simon Fester tanken habe und Kanter habe. Ich tanke gerade nach und die Spritpreise sind enorm. Ich wollte doch ein Elektro-Auto, man. Warst du gerade tanken kurz oder was da los? Moment, wer hat gerade so viele Leute rausgenommen? Oberbayern. Wer hat rausgenommen? Weil wir gerade alle in der Appetit-Kunde untereinander stehen. Lomenti, Tim Horus, Jeff, Oberbayern. Aber jetzt nochmal die Frage von... Jeff ist tot. Ah, nee, doch nicht. Wo hast du jemanden gesehen? Ey, wo hast du jemanden gesehen? Franzi, du hast doch jemanden gesehen, hast du gesagt. Ich habe Sakuri gerade eben kurz vor Report, äh, vor Weapons gesehen. Die war es auch nicht. Ich bin doch gerade so in die Vekon reingekommen. Okay. Weil wir haben uns gerade erst gecrossed unten. Ja, aber fehlen dann nicht nur Vlesk und feine Katze? Ja. Ja, aber ich bin ja nach Nachtanken, habe ich ja schon gesagt. Naja, da kann ja jeder sagen, ich stelle mich irgendwo hin. Ich bin nicht mehr mit Nachtanken, ich bin auf der Hälfte zwischen dem rechten Auflade-Dings und Storage. Lügner erzählen meistens viele Details. Ja, aber Leute, die die Wahrheit sagen auch, tatsächlich. Also feine Katze. Ich glaube, Lügner und Wahrheitenerzähler erzählen halt einfach Sachen. Ja, dann gästen wir doch jetzt mal feine Katze auf Ninja. Das finde ich gut. Mach mal. Let's go. Items, bist du Ninja? Ich bin Ninja. Na dann. Na dann. Na dann. Dann lass uns jetzt skippen. Machst du mein Vote. Ich mag Vote, ich Vote mich mit. Ich swap dich. Wir hatten lange kein Jess-Term. Ich war das echt nicht. Habt ihr gehört, wie Jeff war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie geil ist das denn jetzt? Oh mein Gott. Oh, was ist das nicht genutig? Oh. Let's go. Jetzt ist halt nur die Frage auf Katze. Wenn Katze böse war und blässt nicht, ist halt doof, ne? Aber wie geil, Jeff. Ich swap dich für eine Katze. Der Swap ging durch. Schön. Oh, schön am Rumtreuen. Swapper ist einfach eine geile Rolle. Das ist lustig. Nein, mach nicht. Holderboard. Du bist doch nicht. Du hast doch gesehen, dass ich da weggelaufen bin. Was? Ich hab doch gar nichts gesagt. Wieso? Da bist du selber schon. Nein, natürlich konntest du dafür nichts wissen. Aber ich bin extra sozusagen runtergelaufen, damit du siehst, dass... Also, weil du... Ich hab ja nichts gesagt. Du verhältst dich ja selbst. Ich bin aber... Ich hab ja nicht gekillt. Ich bin mir hinterhergelaufen. Oh, hast du gesehen, dass ich... Du argumentiert gerade sehr ruhig und zuvorkommen möchte. Hast du gesehen, dass ich geschossen habe? Beinig über... Was ist denn passiert? Erzähl doch. Jetzt ist es gelaufen. Nein, nein. Oben links in... Also, vor Camps wurde gekillt und ist einer in das Loch gesprungen. Und ich wollte nach unten laufen, weil... Ich weiß, dass unten noch die Türen zu gewesen sind, weil ich ja... Ich bin oben reingekommen. Die Tür war zu, als ich von oben nach unten wollte. Hast du sie aufgemacht? Ich hab gerade alle Türen aufgemacht. Ja, okay. Ich hab gerade Sakurin, Lomentino 2. Ja, aber als ich noch... Also, für mich waren die Türen noch zu, als ich ankam. Deswegen bin ich nach unten gelaufen. Wir hoffen, dass der Killer noch braucht, um die Türen aufzumachen, wenn wir da unten rausgekommen. Aber können wir nicht jetzt trotzdem für eine Katze warten? Das wäre ja auch dafür. Das wäre ja wirklich nicht schlecht. Für den Ninja letztes Jahr? Aber der Kill wird nicht der Ninja jetzt gewesen sein. Der Ninja werde ich 100% nicht gewesen sein. Nee, der Ninja Kill glaube ich jetzt nicht. Wir haben noch einen Jackal drin. Oder noch einen Evil Guesser? Oha! Weil der Swapper, der Swapper hat ja gerade versucht, den Ninja zu retten. Ja, aber Jeff hat doch geswappt, oder nicht? Der hat doch gesagt, ich swap für dich, feine Katze. Ich glaube, Jeff hat, wenn er geswappt hat, deswegen geswappt, weil wir uns eigentlich wirklich kurz vor mir... Feine Katze, was bist du für eine Rolle? Hab ich doch gesagt, Ninja, jetzt mach's schon. Ah, der sagt immer die Wahrheit, dann... Dann... Der Swapper, Leute, ihr wisst schon, dass der Ninja wieder überleben wird, ne? Nee, der Swapper wird diesmal nicht swappen und ich habe endlich mal eine Jester-Runde. In 100 Jahren hat das nicht funktioniert. Ranzi, kannst du bitte Items und nicht mich swappen? Ich habe jetzt Items gewappt. Okay. Ja, das ist auch richtig. Wenn du so nicht fragst, Dalu, dann mache ich das. Ja, swap mal mit. Ich habe leider euch schon geswappt, es geht leider nicht. Nein. Das macht nichts, ich skippe. Dalu fliegt jetzt leider raus. Das ist so klar. Das habe ich mir schon gedacht, habe ich mir schon gedacht. Wir schwappten da die ganze Zeit so. Ja, Franzi. Ich wollte eigentlich gar nicht swappen, aber jetzt musste ich. Er wird da so liebfragt. Da mal. Ich hoffe, er ist jetzt nicht böse auf mich. Okay. Ach, ich kann den Button nicht drücken, weil ich swappen bin. Nein. Ach, scheiße. Items machen wir nicht. Ich wollte eigentlich den Button jetzt drücken und sagen, ja komm, dann lass mal jetzt. Ah ja. Hm? Ja, wir können jetzt Items swappen. Ich swapp jetzt auch nicht. Ja. Wenn wir einfach vorerst Malu rausvoten. Nee. Das wäre meine andere Sache. Also wenn sie jetzt noch was swappt, dann dann hau mal her. Ja, wenn du so frech bist, Oberbayern, dann swap ich dich jetzt gleich mit Feindekatze. Ich würde aufpassen. Also können wir kurz zurückverfolgen, was die Runde passiert ist. Ich habe Sakuri beschattet. War dann nicht sehr gut und auf einmal ist der Snitch-Balken aufgeploppt. So, also dieser Pfeil. Dann bin ich in irgendeine Richtung gelaufen, habe in Office noch Franzi gesehen und dann drückt jemand einen Button und jemand ist tot. Das bedeutet, hier ist mindestens noch irgendwo ein Jackal. Also dein Mate ist tot, sagst du? Mein Mate hast du ganz am Anfang rausgeswappt. Also wenn es ein Jackal gibt, dann ist er irgendwie. Ja, aber ich wollte trotzdem Katze. Ich wollte jetzt auch Katze und Smalu. Ja. Nichts swap. Okay. Finger weg vom Swapp-Button. Okay. Franzi, kannst du eigentlich gut auf Kommandos hören, weil ich finde, so Otters sind ja eigentlich nicht so einfach zu triffen. Ja, warum? Was willst du es? Ja, ich sage, ich sage nur also, ich würde nicht so mit mir reden lassen. Ja, nächste Runde swap ich Voldemort. Das ist ein feines Mann. Kennst du gar noch mehr mehr? Er wohnt mit den an mich? Er juckt schon, der Finger. Oh, wie die Katze da in der Lava liegt. Ich bin der Mayor. Ach, da, Lukas, war Jackal. Das ist ja... Ich bin einfach alle Killing-Rolls rausgeswappt. Oh mein Gott, ich bin ja ultra krank. Du bist die Beste, ey. Ich bin ja ein ultra krankes Wuppert. Ja, einfach genial geplayt. Ja, ich liebe es. Einfach onplayt. Wenn man einfach genau wusstet, was wir gemacht haben, wo wir nichts gemacht haben. Franzi. Outfucking smarted einfach. Ich hab euch alle gebumst. Ich dachte, okay, scheiße. Ist so, ey. Was hast du gemacht? Ich hab gebumst gesagt. Erst mich raus, das Wuppertitems. Nie begann. Dann Walu, den Jackal. Und dann ist Items. Oh mein Gott. Habt sie gerade gesagt? Ich sag, ich hab euch alle gebumst. Ja. Nee. Entschuldigung. Autsch. Das war mir... Ich war jetzt gerade sehr aufgeregt. Ja, mein Gott. Tschüss. Ich hab euch geküsst. Und umarmt. Und geliebt. Und ich hab euch lieb. Tschüss. Ich hab euch lieb. Tschüss.